Willkommen bei Brillantools, die bezahlbaren Profi-Werkzeuge. Das Spann- bzw. Abschneidwerkzeug für Endlosschellen ist super einfach in seiner Bedienung. Das heißt, wenn ich meine Schelle montiert habe und sie muss jetzt gespannt werden, wird das überstehende Ende hier vorne in das Werkzeug eingeführt, geht dann über das Abschneidwerkzeug drüber und wird hier hinten auf dieser Spule aufgewickelt. Bis zum gewünschten Spannungsgrad, dann stelle ich das Werkzeug 90 Grad auf zu meinem Bauteil und über diesen Hebel hier vorne wird das überstehende Ende abgeschnitten.